So kann ein Tag gerne beginnen. Heid, Salz und Zucker, ein wenig frischem Dill, um sich zu einem noch edleren Produkt, als diese mehr Forelle ohne die schon gewesen wäre zu verhedeln. Oh, guckt euch das an, Leute. Ja, wie ihr seht, der Krustenbraten schmuggelt schon. Super, vier Fische gelandet, drei Fehlbisse, zwei, drei Nachholfer, ein Fisch in den Boden verloren, alles in anderthalb Stunden. Erstklassig. Ja, super. Ich habe vor vier Wochen meinen Angelschein gemacht bei der Angelschule Münsterland bei Felix Warte und das war ein super Lehrgang, hat super Spaß gemacht und heute habe ich meine erste Meeresförräder gepackt. Juppie! Schlafzimmer 1, hier ist Schlafzimmer Nummer 2. Schlafzimmer Nummer 3, der Whirlpool und die Sauna. Das frisch gebackene Geburtstagskind, später als die Küche mit Gammeldampf. Oberes Wohnzimmer, Oberes Schlafzimmer. Nummer 8, präsentiere sie mal ganz kurz. Komm, halst mal ganz kurz. Meine Herren, wir waren nicht ab Forellenpuff, liebe Leute. Und wir haben sogar zurückgesetzt. Und das nicht ohne. Da kommt, da kommt Gashimoto und ich bleib still. 80 Gold! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Der Krieg.